Hallo liebe Kursteilnehmende im Kurs Elektrotechnik. Zum Anfassen, wenn ihr die Schaltung vom ersten Tag aufgebaut habt und die Anleitung gefolgt habt, dann sollte eure Schaltung ungefähr so aussehen. Wir haben den Batteriekasten, einen kleinen Schalter, die LED und ein paar Drähte, die zusammen einen Grundstromkreis bilden. Und wenn man den Schalter drückt, dann sollte die LED angehen und leuchten. Und diese Schaltung schauen wir uns jetzt gleich noch ein bisschen genauer an.